Mein Gott, wie soll man denn zum Bundesdrainer kommen, wenn du mich verhaftet? Ah, das ist eng. Echt? Nein. Mein Name ist Hugo. Hi. Wie geht's dir? MJ. MJ? Du siehst gar nicht aus wie Michael Jackson. Der spuckt ja ganz schön große Töne, ey. Mal sehen, ob der wirklich so gut ist, wie der sagt. Komm, komm rein. Ja, scheinbar nicht. Wie? Du kommst da nicht rein? Was ist los? Ähm, warte. Ähm, was soll ich sagen? Ähm, was soll ich sagen? Also ich muss jetzt zur Schule, ne? Schule? Ja. Ja, Schule. Ist drauf. Bin ich so ein bisschen seitlich im Bild? Ein bisschen. Weißt du, mit welcher Richtung soll ich reden? Guck in die Richtung, wo der Platz ist. Ja, ich weiß ja nicht, wo der Platz ist. Wo lässt du den Platz? Links oder rechts von seinem Gesicht? Achso, soll ich Platz lassen? Ja, gib mir ein. Ja, gib mir ein. Ja, gib mir ein. Ja, gib mir ein. Ich frage mir grad. Hast du so? Ich lasse an einerseits, ich lasse mir her? Achso, soll ich den Platz lassen? Komm, Alter. Da fährst du weg. Alles ist dreckig. Oh, schau mal. Diese Tür geht nicht auf. Die hat uns eingesperrt. Danke auf jeden Fall nochmal für den Ball. Ja, ja, gerne. Jetzt sagen wir mal ehrlich. Okay, ich hab den Text vergessen. Was? Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wunderprozentig. Könnten diese Augen lügen? Eigentlich nicht. Siehst du, sag ich doch. Sag mal, wo kann ich hier eigentlich spenden? Ah, nee. Mann, was hast du mit meinem Ball geklaut, Mann? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Die kommt gut. Alter. Outtakes. Das sind für die Behind-the-Scenes auf dem Gang-Channel. Jungs, Jungs. Alter. Schau mal. Jungs, Alter. Hört ihr die Sirenen? Ich hab richtig... Ey, Jungs. Ich kenn den Bundeskrä... Den Bundeskrämer. Der Bundeskrämer. Der cremt dich ein, du. Alter. Was macht der? Schön zu tun, als du dich küssen solltest. Alter. Alter. Ich glaub nicht, wie du spiegst. Dann mach ich grad so. Nein, Alter. Alter. Du kannst sagen genau so unsere Namen. Ach so. Ich hab schon mal da drin. Du kannst sagen genau so. MJ Hugo. Meine... 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 Meine Handschuhe sind weg, Mann. Die liegen immer direkt neben mir. Ich schlaf mit ihnen. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Äh... Also ich muss dir sagen, das ist weg, aber schon. Meine... Alter, ich hab schon geredet. Da warst du wirklich raus. Das macht keinen Sinn, Alter. Das ist doch okay. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Mach... Meine... Meine... Du... Scheiße. Nein, mach, Mann. Mach. Ich wollte den so weiter neben schießen. Was? Mach, Mann. Was für Fohle. Lass dir mal in Ruhe da. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Ey, Fohle, gib ihm das Geld. Warte, warte. Gib ihm das Geld. Gib ihm das Geld. Ich will meine Torwarthandschuhe. Das ist schön. Dieser Typ da hat meine Torwarthandschuhe. Der beruhigt dich. Mucke, Alter. Du musst sagen, wir haben ganz schön große Eier. Warte, die kommen hier hin. Okay. Ja, Junge. Den musst du jetzt treffen, sonst war's das mit dem Ball. Schaut zu. War gespannt. Alfonso, Alfonso. Gib mir meine Handschuhe. Ich brauch dir jetzt die Handschuhe. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Das sind doch meine Handschuhe. Das sind unsere. Nein, das sind auch meine. Ready? Ready. Der Ball gehört mir. Du sagst so, dein letzter Schuss. Du musst ausgleichen für Sundeft, sonst habt ihr den Ball verloren. So, Kollege. Okay. So, Kollege. Dein letzter Schuss. Du musst den jetzt reinmachen. Für Sundeft. Für was? Für die Verlängerung. Für die Verlängerung. Sundeft. Ich wollte doch nur da unten auf kleine Kinder spucken, Mann. Kleine Kinder? Ja. Alter, geil, Alter. Ich bin dabei. Der stört hier jetzt schon wieder, Mann. Ey, was machst du denn hier mit Wormsorgen? Chill, chill, chill. Bleib doch mal ruhig. Du weißt doch gar nicht, was passiert ist. Doch, weiß ich. Es ist so viel passiert. Nein, das ist doch gar nicht. Nicht? Nein. Okay, gut zu wissen. Wir haben zu wissen. Wir haben zu wissen. Hä? Mann, Alter. Habt ihr wenigstens Lopessa? Ja, Alter. Wir müssen jetzt mal langsam wieder weiterarbeiten hier. Ja. Ich wollte gar nicht die Hand nehmen. Auf geht's, Mann. Ich hab echt wieder Bock. Ja, warte mal, warte mal. Da singt der Alte mal. Haben wir die gesehen? Das musst du schon fragen. Meine Schwester hat mir geschrieben. Die braucht Hilfe. Du hast so eine Schwester? Ja, ja, ja. Die heißt, äh, ja. Das ist mir auch nichts lustiges eingefallen, ne? Das war super, genau das brauchen wir. Hallo, Hugo. Äh, du ***. Das war so gut. Das war so gut. Das war so gut. Irgendwas muss er doch verbergen. Wieso geht der einfach vom Spielplatz? Vom Spielplatz? Vom Spielfeld. Das war so gut. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Boah, nee. Die Jungs. Sorry. Wollen wir sehen? Wie du selber countern, gibt's 3, 2, 1, go. Ich hab total frei für nichts. Ja, für mich. Okay. Hör auf zu lachen, Alter. Was was mit dir? Puh, hoffentlich verzeihen wir die Jungs. Ich hoffe, es muss sich gelohnt haben. Ob sich dieser ganze Ärger für diese zwei Jays gelohnt hat. Scheiße. Scheiße. Hoffentlich verzeihen wir die Jungs. Ich hoffe, dass sie verzeihen. Ja. Okay. Feiner. Boah, stark, Junge. Da ist er noch. Da ist er. Der kleinste Torwart. Da ist er wieder. Was sagt das? Ja, auf jeden Fall. Hat er schon gesagt, ja? Definitiv. Das steht noch, ne? Das steht auf jeden Fall. Okay, komm, komm. Okay. Let's go. Finally one. Hab ich. Ja, ich schon. So in die Eier haben wir kommen. Aber so richtig. So. Das ist alles für die Behind-the-Scenes, Freunde. Schönen guten Tag. Oh, äh, hallo. Ja. Wahnsinn. Was? Einfach so. Haben die die mitgenommen? Weil er die Schule geschwänzt hat, Mann. Das war alles deine Schuld. Nein, Mann. Doch, irgendwie schon. Weil er die Schule geschwänzt hat und das war alles deine Schuld, Alter. Nein, Mann. Das ist... Das ist Wetter. Ah. 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 Oh, das ist ohne Sinn. Okay. Ah, perfekt. Das ist geil von uns, Alter. Richtig geil, Mann. Ah, Mann. Was? Ich würde sagen, am Anfang warst du. Worum die Family nämlich geht? Nein, weiß ich nicht. Ich glaube, die Batterie ist leer. So. Das sind die drei härtesten Fußball-Underground-Fußball-Spieg. Die Jungs müssen gegen die drei härtesten Fußball-Kicker antreten. Ich weiß gar nicht, worauf die dich einlassen. Was empfehlen hast du denn? Die Jungs müssen gegen die drei härtesten Fußballer antreten. Jungs, lass mal dieses Voto-Blo. Wir haben gerade Sachen, die Jungs fit machen können. Ach, liegt schon los jetzt? Ja. Voll unvorbereit. Freunde, wir sind gerade hier am Film. Da ist unser Polizist. Und unser Strichling. Und da ist die echte Polizei. Und da hält er gerade Leute an. Und nicht, dass wir hier angehalten werden. Und das ist übrigens der Knast. Moin. Okay, weiter geht's, Jungs. Weiter geht's. Nimm das! Weiter, weiter! Da kommen schon die Fit1-Mitarbeiter. Was geht hier? Oli, Schatz! Alter! Tja, ich muss Zulag lassen. Nein. Ich selber nicht, was ich hier mache. Was ist das Abgenüge? Ich kann gar nicht reden. Über den Kopf kann man nicht reden. Das war zu machen. In meinen Unterlagen steht... Ja, okay!